Die Guerra-Christera war ein Bürgerkrieg in Mexiko, der von 1926 bis 1929 zwischen der Regierung und Bauernmilizen, die der katholischen Kirche nahe standen, ausgetragen wurde. Diese Erhebung war einerseits gegen die Umsetzung der antiklerikalen Bestimmungen der mexikanischen Verfassung von 1917 gerichtet und hatte somit den Charakter eines Kulturkampfes, andererseits aber auch ein Aufbegehren gegen das Eingreifen des Zentralstaates in die Belange der Dorfgemeinschaften. Hintergrund und Ablauf Die Stabilisierung Mexikos nach einem Jahrzehnt der Bürgerkriege ermöglichte es Präsident Plutaco Elias Calles, sich verstärkt dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Mexikos zu widmen. Nach erfolgter Sanierung des defizitären Staatshaushalts stand dabei vor allem die Einführung eines modernen Steuersystems und der Ausbau der Infrastruktur sowie des Bildungswesens im Vordergrund. Infolge der Umsetzung der antiklerikalen Bestimmungen der Verfassung von 1917 und der Gründung einer von Rom unabhängigen mexikanischen Staatskirche, Im Februar 1925 entstand jedoch ein neuer Konfliktherd der sich 1926 zu einer umfassenden Aufstandbewegung gegen das Calles Regime ausweitete. Diese, die sogenannte Christiada erfasste vor allem das zentrale und westliche Hochland Mexikos, wo der Katholizismus besonders stark in der meistbäuerlichen Bevölkerung verankert war. In diesem Aufstand wurde von beiden Seiten mit äußerster Brutalität vorgegangen, weswegen die Opferzahl auch auf mehrere zehntausend Menschen geschätzt wird. Innenpolitisch war Calles Macht bis 1934 sehr groß, obwohl er nicht mehr Präsident war. Der Übergangspräsident Emilio Pottescu leitete 1929 Verhandlungen mit der Kirche, mit dem US-amerikanischen Botschafter Dwight Moro als Vermittler ein. So kam es zum Modus vivendi, der eine Verbesserung der Lage für die katholische Kirche vorsah. Im Wesentlichen verzichtete der Staat auf die Anwendung der Gesetze von 1917 und die Kirche sollte sich in der Einforderung ihrer Rechte zurückhalten. Es gab allerdings grobe Verletzungen. Etwa 5000 Christeros wurden trotz einer Amnestie nach dem Abkommen ermordet. Erst mit der Präsidentschaft von General Lazzaro Cadena Stelrio bahnte sich eine anhaltende Besserung im Verhältnis zwischen Kirche und Staat an. Ein Teil der Christero organisierte sich ab 1937 in der Union National Sinaquista. Der Modus vivendi hielt bis 1992 an. In diesem Jahr wurden die Beziehungen zwischen Kirche und Staat durch eine umfassende Verfassungsreform neu geregelt. Daraufhin nahmen der Vatikan und Mexiko diplomatische Beziehungen auf. Siehe auch, Märtyrer der Revolution in Mexiko. Film Dean Wright Michael Love For Greater Glory The True Story of Christiada 2012 2012 Vielen Dank.